Miami! Oh, wenn das die Map ist... Oh, die ist gut, die ist sehr gut. Jetzt hör doch mal auf mich zu spoilern. Ich hab nur gesagt, dass es die gute ist. Aber krass, wie viele Schauplätze da sind, muss ich schon krass sagen. Also ich hoffe, dass sie auch in der Story dabei sind. Das wäre nämlich nice. Auf alle Fälle. Ist ja bisher immer so gewesen, dass die Multiplayer-Maps ist immer so ein Teil aus der Karpandie. Ja, aber das ist ziemlich bunt. Das kann man jetzt bei Black Ops hier nicht sagen, aber... Das ist ja dann... Also Deutschland, da Vereinigte Staaten und bisher... Ich glaube Moskau. Türkei auf jeden Fall. Stellung! So, wo ist die Stellung? Da, ganz hinten. Da sind zwei, kann das sein. Boah! Mano, es geht schon los! Hier! Ah! Ah! Oh Gott, ich wurde geschneit, Leute! Leute, da... Alter, da stehen doch welche! Tötet sie doch mal! Alter, ich hab Doppelkill gemacht, irgendwie. Alter! Ah, hör auf! Hör auf zu snipern, du Lulu! Wir haben die Führung verloren! Granate ist raus! Wer für Betrachtung! Oh! Mano, wir verlieren uns doch... Wir müssen handeln! Wer muss handeln? Au! Wer will jetzt handeln? Kannst doch jetzt nicht mit Terroristen handeln! Warum nicht? Der Stellung! Identifiziert! Stellung! 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 Immer.st du? Wir haben die Kontrolle! Eile, was ist mit diesem Flamingo? Die texturen lauen gar nicht. Stellung! Stellung! Von hinten! Stellung! 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 Ja! dann tötet sie doch! Stellung! 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 aber er hat mich zu essen aah mach doch auf mit deiner scheiß hinten wer, aah, alter was macht denn der vor mir ja, ich bin aufhörd aah, da, 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 pass doch auf wo du hinschießt nächste Stellung, los, Manu du siehst da hinten ja, ein Pool, ich hab nen Sniper erledigt ok, also zwei spielen Leute, wir müssen das ja auch einnehmen, ne? au ne, bin ich ja au au, hör doch auf, Mensch au man ja, hier, hier, hier rein, hier rein, hier rein Stellung gesichert hab die Stellung alter alter das arme motel von wo leute man, wieso schießen die immer gleich auf mich ab, wir sind nicht mehr alle au aah, ich bin geblendet, ich bin geblendet ich bin geblendet ich bin geblendet ha meine Handgranate hat die mitgenommen sehr schön au oh stellung aufklaft feindliche Spionageflugzeug im Anflug stellung gesichert na, wir müssen hier rein oh, Mensch was ich gut finde wenn du grad dabei bist, eine Handgranate zu schmeißen und du stirbst äh, lässt er sie ja trotzdem noch fallen hier kann man gut campen, das ist das da haben wir mal wir liegen vorne nutzt euren Vorteil au oh, Hilfe holy shit was aah, alter, echt jetzt gib суд au, ey du wir haben die Stellung verloren oh ich wohne ... ja genau mach mal mal gucken was drin ist mit glück ist da auch da liegt der um peter das was hast du ernst auf so einen mül gekuckt habe ich aber auch schon mal ich weiß nicht was sie sich dabei gemacht war es wird heiß es wird heiß die stellung direkt vor mir eine eliminierung ich will ja alter man kann ich habe man kann nicht über eine riesen scheiße alles ist das für ein scheiß was deine waren hinten die übertragung bei mir ist es wieder das schiffchen anu beweg dich ja alles gut jetzt schon die stellung verlohn ja wie mir aus gut überlegen für ja aber wie Das ist gut. Oh, noch mal. Ja, ich hab die Stellung. Oh, jetzt ist die Stellung. Oh, jetzt müssen sich die Gegner ranhalten. Oh, ja, die Nährungsmine sind geblieben. Oh, ja, die Nährungsmine wurde zerstört. Oh, ja, die Nährungsmine wurde zerstört. Oh, ja, das ist ein fremdlicher Kampf. Untertitelung. BR 2018